Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich gucke auf die Uhr und werde mich etwas kürzer fassen müssen. Das ist nun mal so. Ich stelle mich mal hier so halb rechts. Ne, jetzt ist es zwischen symmetrisch. Wie dem auch sei. Ich bin Hirnforscher, befasse mich aber seit über zehn Jahren sehr intensiv mit den Fragen, wie Persönlichkeit entsteht, auch Psychotherapieforschung, welche Möglichkeiten es sind und insbesondere auch, was man in Betrieben machen kann und machen sollte mit vielen Psychologen, Psychiatern, Psychotherapeuten und das ist eine sehr spannende Sache. Insofern ist es also nicht nur Hirnforschung, was ich vortragen werde in aller Kürze. Die wichtigste Frage ist natürlich, wenn es um Persönlichkeit geht, was ist das überhaupt und das ist eine ziemlich schwierige Frage. Darüber haben seit zweieinhalb tausend Jahren die Leute gegrübelt. Heute könnte man sagen, die Persönlichkeit eines Menschen ist eine lebenslang andauernde Kombination von Merkmalen, des Temperaments, das überwiegend angeboren erscheint, des Gefühlslebens, des Intellekts in der Art zu handeln, zu kommunizieren. Und hier unterscheidet man inzwischen oder schon seit längerem das Temperament als Kernpersönlichkeit, mit dem man auf die Welt kommt. Wir wissen aber inzwischen, dass das keineswegs strikt genetisch vorgegeben ist, wie man bisher meinte, sondern das sogenannte epigenetische Prozesse über die intrauterine Umwelt und das Gehirn der Mutter auf das unreife Gehirn des Kindes sehr weit gestaltend eingreift, also schon vor der Geburt. Und das erklärt auch, weshalb eineiige Zwinge, zu denen ich gerade Großvater wurde, zwar genetisch identisch sind, aber keineswegs psychisch identisch. Das ist seit langem bekannt und das konnte man nicht erklären. Und dann gibt es eben den Charakter, die erweiterte Persönlichkeit und die ist nun gerade in den ersten drei, vier, fünf Jahren stark von Umwelteinflüssen bestimmt und das erforschen wir. Wie beschreibt man in der Persönlichkeit, Sie kennen diese wunderschöne Abbildung der vier Temperamente, anhand der vier Apestel und allen ist Ihnen geläufig, dass man hier von Sanguinikern, Phlegmatikern, Cholerikern, Melancholikern redet, nach der Fährsefte-Theorie, die in der Artikel vorherrschte, das alles kann man vergessen, ist aber immer noch sehr aktuell. Man sagt, er ist sanguinisch, phlegmatisch, cholerisch und melancholisch. Das ist aber ziemlicher Unsinn, sagen wir mal so. Die Psychologie hat vor 50 Jahren begonnen, einen alternativen Ansatz zu machen, indem sie einfach in die Lexika geguckt hat und hat 18.000 verschiedene Attribute für Persönlichkeitseigenschaften gesehen. Die kann man natürlich nicht alle messen, sondern hat dann in mehrfache Faktorenanalyse versucht, das zu kondensieren, ist auf 800, auf 100 gekommen und dann in einem großen Ansatz auf ganz wenige und hat immer versucht, immer weiter überschneidungsfrei bestimmte Grundkriterien der Persönlichkeit zu analysieren und festzulegen, die man dann eben auch testpsychologisch anwenden kann. Das war die große Sache und es gibt da den berühmten, berüchtigten, muss man sagen, eher berühmten Hans-Jürgen Isaac, der vor den Nazis geflohen ist nach England, wo ich mich aus Berlin kommend, der als allererster gesagt hat, es gibt zwei und dann vielleicht noch ein Grund Persönlichkeitsmerkmal, nämlich Extraversion und Neurotizismus, was das ist, kriegen wir gleich. Und er hat einen dritten Begriff geprägt, Psychotizismus, der ist aber von psychopathologischem, da würde man heute sagen, antisoziale Persönlichkeitsstörungen oder Psychopathie. Schüler von eben, Costa und McRae haben dann die berühmten Big Five entwickelt, Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit, sage ich gleich was zu, aber da stecken viele ... geht es nicht? Doch, es geht noch dahinter. Und ein anderer Schüler von Isaac hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Grundmerkmale, Impulsivität und Ängstlichkeit. Also Sie sehen, bis heute ist das nicht ganz gesichert und es gibt viele Kritik an den Big Five, obwohl das der Persönlichkeitstest ist, der im und überall angewandt wird. Extraversion ist ein wichtiges Merkmal und Sie finden sich da ganz schnell drin wieder. Also gesellig, optimistisch, selbstsicher, aktiv, Gespräche, Energie, Scheiter, in Gruppen leben, auf gesellschaftlichen Versammlungen und so weiter, Aufregung, Lieben in Maßen. Und ganz in der Nähe ist der zweite Teil, die zweite Komponente, nämlich Verträglichkeit. Das sind Leute so wie du und ich, altruistisch, Wohlwollen, Mitgefühl, wollen helfen und so weiter und so weiter. Sie sehen schon, also ganz überschneidungsfrei ist das eigentlich nicht. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Gebiet, nämlich Neurozizismus. Das sind Menschen, die sind schnell aus dem seelischen Gleichgewicht zu bringen, sind meist besorgt, häufig erschüttert, betroffen, beschämt, unsicher, verlegen, nervös, ängstlich, traurig und sie zeigen aber auch eine höhere Sensibilität, ein höheres Einfühlungsvermögen in die anderen. Neurozizistisch zu sein hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Dazu in dieser Nähe gehört auch Gewissenhaftigkeit als besonders deutsche Eigenschaft. Gewissenhaftige Personen, ich brauche es kaum zu sagen, sind organisiert, sorgfältig, plant, effektiv, verantwortlich, zuverlässig, überlege, so ein richtiger bremischer Handelsherr, der ist gewissenhaft. Ob er Neurozizistisch ist, andere Frage. Und schließlich etwas, was ganz zur Seite steht, Offenheit oder Intellekt, das hat mit Interesse, Ausmaß der Beschäftigung mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken zu tun. Das wird in komplizierten Maße getestet und man glaubt, damit könnte man eine Persönlichkeit am besten beschreiben. Das hat sich aber als relativ trügisch herausgestellt und schon Jeffrey Gray hat vor zehn, zwölf Jahren gesagt, eigentlich gibt es nur zwei große Unterschiede, nämlich Extraversion auf der einen Seite und Neurotizismus und Extraversion ist durch eine gewisse Impulsivität gekennzeichnet. Ich wage etwas, auch wenn das Risiko besteht, es könnte mal schief gehen und das große Gegenteil ist Neurotizismus. Ich tue lieber nichts, als dass ich was Falsches tue. Das sind die beiden großen Enden, da gibt es jetzt eine beliebige Kontinuität, Sie können überlegen, wo sie da sind. Impulsivität als leichte Persönlichkeitseigenschaft kann sich nun steigern. Man kann hochimpulsiv sein, man kann hochaggressiv werden, man kann gewalttätig werden, Neigung zu Drogenabhängigkeit und Glücksspiel, das ist sozusagen die ganze Extremität, auch rein medizinisch, physiologisch. Wenn man eben seine Impulsivität, seine Extraversion steigert, das sind dieselben Hirnsubstanzen und bei Ängstlichkeit geht es in die Gegenrichtung. Ein leicht ängstlicher Mensch, der kann, wenn er immer ängstlicher wird und kommen frühkindliche Traumatisierungen hinzu, ein ständiges Gefühl der Besorgtheit haben, Bedrohtheit bis hin zu Phobien, generalisierte Angst und Zwangshandlungen und insofern kann das, was im normalen Menschen vorhanden ist, nämlich eine gewisse Extraversion und eine gewisse Neurotizismus, sich psychopathologisch ganz leicht steigern. Darauf komme ich gleich noch. Und das hilft auch, die Grundlagen psychischer Erkrankungen besser zu verstehen, nämlich das sind alles nur Steigerungen des Normalbefindens. Also, das Problem der Big Five, obwohl eben, ich sage es auch in Betrieben, universell eingesetzt ist, es ist überhaupt nicht überschneidungsfrei, sondern es fällt Ihnen auf, dass Gewissenhaftigkeit eine große Nähe zum Neurotizismus hat, Offenheit eine Nähe zur Extraversion und Verträglichkeit kann als abgeschwächte Extraversion verstanden werden. Das ist eine. Also es kategorisiert gar nicht relativ scharf. Das zweite ist aber viel schwerwiegender, das rein lexikografisch oder rein deskriptiv, warum einer so ist und was man dann damit machen kann, wenn einer stark extravertiert ist, bis hin zu Hochimpulsivität. Warum er das ist, wird nicht gesagt. Es gibt also kein persönlichkeitspsychologisches Modell bisher, was das fundieren könnte. Und das ist natürlich schlecht und erst recht kein Modell, was man neurobiologisch validieren kann. Das haben wir aber, wir, das sind eben eine Reihe von Psychiatern, Psychologen, Psychotherapeuten und Neurobiologen in den letzten zehn Jahren gemacht. Man kann nun ganz anders an die Sache herangehen und viel realistischer, wenn man sich überlegt, was sind die Grundmechanismen des Psychischen, wie sie im Gehirn entstehen. Und da kommen wir an sechs Systeme, die unsere Psyche ausmachen und die ganz früh bis später schon im Gehirn entstehen und die dann auf diese Big Five oder Big Three angewandt eigentlich ein wunderbares Modell hergeben, warum jemand so ist, wie er ist und insbesondere, wie eine Psychotherapie aussehen müsste und wie sie wirkt. Da haben wir eine Großuntersuchung in Bremen durchgeführt, die Hanse-Psycho-Analyse-Studie, Neuro-Psycho-Analyse-Studie, die inzwischen hochrangig mehrfach veröffentlicht wurde und auf die Bremen auch sehr stolz sein kann. Also die Botschaft ist, das ursprünglichste und wichtigste System unserer Psyche ist die Stressverarbeitung. Das entsteht ganz zu Beginn, nämlich fünf Wochen nach der Entwicklung des Gehirns überhaupt. Da beginnt das schon und entwickelt sich lange Zeit und die Grundfrage hier ist, wie werde ich mit Aufregung, werde ich mit Problemen, wie werde ich mit Belastung fertig. Und dieses Grundsystem muss sich langsam entwickeln vor der Geburt, in den ersten Jahren nach der Geburt. Erst einmal unter Anleitung des Gehirns der Mutter, vorgeburtlich und das ist absolut dramatisch, wenn die Mutter nämlich traumatisiert ist, schon vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft, prägt sich dieses traumatisierte Gehirn auf das unreife Gehirn des Kindes ein. Dramatische neue Einsichten und diese Prägung vor der Geburt schon führen zu den schwersten Persönlichkeitsstörungen. Aber wenn es gut geht, dann geht es eben auch im Gehirn der Mutter, geht es auch im Gehirn des Kindes. Und nach der Geburt geht das natürlich weiter. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Also wir merken uns, die normale Entwicklung des Stressverarbeitungssystems wie auch Fehlentwicklungen zum Teil vor der Geburt und nach der Geburt ist das Wichtigste für unsere Psyche. Dann gibt es ein zweites System, das reguliert unsere Bedrohtesempfindlichkeit, beziehungsweise unsere Frustrationstoleranz ist mit dem Stoff Serotonin verbunden. Serotonin ist ein Albtraum an Komplexität, aber Serotonin hat eine wichtige Eigenschaft zu dämpfen, nicht Glücksgefühl zu erzeugen, sondern eher zu sagen, tu lieber nichts, als dass du was Falsches wirst. Und das Serotonin hat viele Entwicklungseffekte, aber ist in der Lage, eine erhöhte Stressverarbeitung zu dämpfen. Und jetzt sehen wir schon, gleichzeitig hängt es aber an dem ersten System dran und wenn in das Stressverarbeitungssystem schon vorgeburtlich, früh nachgeburtlich was schief geht, geht auch was in der Stresstoleranz schief. Und das ist dann so eine Kaskade, dass das immer schlimmer wird, je schwerer der Mensch traumatisiert ist. Und das führt dann eben zu dem dritten System, nämlich Impulsivität und Impulskontrolle. Wenn die ersten beiden Systeme sich nicht richtig entwickeln, weil zum Beispiel die Mutter schlimme Dinge erfahren hat oder das kleines Kind, nämlich Vernachlässigung, Missbrauch, Misshandlung oder eine depressive Mutter, dann kommt es zu einer großen Störung der Impulskontrolle. Und das sehen wir dann gerade bei den kleinen Jungs, die schon im dritten, vierten Lebensjahr auf dem Trip zur antisozialen Persönlichkeitsstörung sind, wenn wir nicht was dagegen tun. Bloß Empfindlichkeit und bloß Erwartung. Ganz früh wird in uns festgelegt, natürlich nicht genetisch, überwiegend nicht genetisch, sondern durch vorgeburtliche und nachgeburtliche Prägung, wonach wir im Leben suchen, wo wir unsere Belohnungserwartung suchen. Das hat mit dem Stoff Dopamin zu tun. Und hier spielt das fünfte System, nämlich Bindung und Sozialität, Entschuldigung, die allergrößte Rolle. Nämlich diese beiden sagen mir, du bist gut gebunden, du kannst dich verwirklichen, du wirst belohnt und dann muss man lernen, was einen belohnt. Und das gräbt sich ganz tief rein und wonach man im Leben strebt, nach welcher Art von Belohnung, wird ganz früh festgelegt. Und das letzte System, das kann ich mal weglassen. Was ist ein normaler Mensch? Ein normaler Mensch ist ein Mensch, bei dem diese sechs Systeme, die sind es, die könnte ich neurobiologisch jetzt runterbeten, was ich aber nicht tun werde, werde ich noch zwei Stunden dran, sich ausgeglichen entwickelt. Die Tragik ist, wenn das mit der Stressverarbeitung schon anfangs schief geht, dann geht es mit dem serotonären System schief, dann geht es mit der Impulskontrolle schief, dann geht es immer weiter schief und es gibt die berühmte Abwärtsspirale. Und nur ein System kann dagegen halten, das der Bindung. Die Bindungserfahrung kurz nach der Geburt ist das einzige System, was zum Teil noch reparieren kann, durch die Ausschüttung von Oxytocin. Sie kennen das alles aus Ihrem Studio vielleicht noch. Und gerade in letzter Zeit konnte nachgewiesen werden, wie Oxytocin zusammen mit dem Ausstoß von endogenen Opioiden im Gehirn bestimmte Defizite beim Serotonin und beim Koltosolsystem reparieren kann. Die Bindungserfahrung ist die wichtigste Erfahrung in unserem Leben, aber eben besonders früh. Hier geht eben alles ganz gut. Frustrationstoleranz, Antrieb, Impulskontrolle, Empathie, Risikovernehmung. Man richtet sich auf, aber man richtet sich auch wieder ab. Man ist leidlich, pünktlich, ordentlich organisiert, verlässlich und man hat keine starken Gefühlsschwankungen, ist sozial ausgeglichen und gesellig. Die Systeme sind im Gleichgewicht und das ist sprichwörtlich auch neurobiologisch zu verstehen, dass das ein Gleichgewicht ist, nämlich sechs komplexe Kontrollsysteme, die sich miteinander verhaken. Das ist das Schwierige. Ein leicht neuritisistisches System, der ist noch halbwegs normal, aber er kann schon schnell aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht werden. Der denkt eher an die Gefahren als an die Gewinne. Der ist häufig erschüttert, betroffen, beschämt, unsicher und so weiter und will lieber auf Nummer sicher gehen. Ich bin Beamter, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich bin endlich in meiner Lebenszeit stille und was soll mir sonst passieren, anstatt zu sagen, ich will vorwärts kommen. Aber der stark neuritisistische Typ, wo eben die Stressverarbeitung und Serotonergiosysteme, Impulshämme und so weiter schief gegangen ist, das ist der, der unter Angststörungen leidet, der ziemlich unter Depressionen oder unter Phobien leidet. Das kann man also ohne Weiß erklären, wie es zu Angststörungen und Phobien kommt und Depressionen. Der leicht extravertierte Typ, das sind hoffentlich wir so überwiegend, wir unternehmen was und freuen uns drauf und sagen, ach, kann doch mal schief gehen, eine gewisse Sorglosigkeit, aber auch eine gewisse Unzuverlässigkeit. Dann gibt es den stark extravertierten Typ, der ist der Sensation Seeker, der giert nach dem Kick, der geht große Risiken ein und gegen jede Vernunft macht Dinge, die auch krass schief gehen können. Das geht hin bis zur antisozialen Persönlichkeitsstörung, Gewalt, Drogenabhängigkeit, Glücksspiel, Empathiedefizite. Das ist heute genau die Gegenseite und auch das kann man heute gut beschreiben. Ganz wichtig ist Stress und Stressvermeidung. Hier gibt es, lassen Sie mich nur eine kleine neurobiologische Sache erzählen, ganz wichtigen Zusammenhang. Wir müssen uns aufregen können. Wenn man sich in der Politik und der Technik nicht aufregen kann oder nicht aufregt, was sollte denn dann besser werden? Man muss sich aber auch wieder abregen können. Und im Gehirn ist das genial gelöst dadurch, dass in bestimmten Teilen, wenn das Gehirn Stress erfährt, wie auch immer, ganz bestimmten, ganz kleinen Teilen im Gehirn, Hypothalamus und Hypophyse, Botenstoffe gezeugt werden, die dann Nebennierenrinden im Körper Cortisol erzeugen und das geht in den Körper, macht uns bereit für das Bewältigen von Problemen bis hin zur Freisetzung von Fettreserven. Er wird schlank durch Stress und Immunsystem wird unterdrückt, deshalb Cortisol. Und jetzt muss eine Struktur, die eigentlich scheinbar damit nichts zu tun hat, der Hippocampus, der hat mit Lernen und Gedächtnis eigentlich zu tun, der ist eine Stellgröße. Durch bestimmte Andockstellen für das Cortisol sagt der Hippocampus dem Hypothalamus, jetzt ist genug, jetzt fährst du den Stress runter. Cortisolproduktion oder CRF und was auch immer. Ganz wichtig. Man muss sich aufregen, man muss sich wieder abregen. Und manche, die schwersten Erkrankungen dabei sind, dass man sich überhaupt nicht aufregen kann. Dass schon vor der Geburt das Stresssystem sich überhaupt nicht ausbildet, das sind die Schlimmsten. Das Zweitschlimmste ist, dass man sich nicht mehr abregen kann. Und hier, wir wissen heute, bei vielen psychiatrischen Erkrankungen ist diese negative Rückkopplung nicht funktionierend. Und das ist meist eine Folge psychischer Traumatisierung. Das brauche ich gar nicht mehr zu sagen, wie schlimm Dauerstress ist. Kann man vielleicht auch nachlesen. Überhaupt kein Stress ist schlecht, da leistet man sehr wenig. Optimale Anforderung ist prima. Da gibt es ein Optimum und dann geht es runter, wenn der Chef immer neue Arbeiten von mir will. Immer mehr und noch mehr. Oder wenn ich zu ehrgeizig bin. Nämlich das sollte ich, wenn ich Dauerstress vermeiden will, überhaupt nicht tun. Sollte mich sorgfältig vorbereiten auf die beruflichen Anforderungen, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Das ist ganz wichtig. Zweitens, weder zu niedrige Ansprüche stellen, die bringen keine Befriedigung, aber erst recht keine zu hohen. Und Menschen, die geringen Selbstwert haben, neigen dazu, zu hoch zu stellen. Meist eine Hoffnung, ich schaffe das eh nicht und dann fühle ich mich bestätigt in dem, dass das sowieso alles keinen Zweck hat. Das ist Teamarbeit, institutionalisierte Möglichkeit, über Probleme und Ängste zu regen, Stressvermeidungstechniken gibt es, regelmäßige Fortbildung und insbesondere irgendwas außerhalb des Berufes soll auch noch im Leben sein. Der Stressgeplagte muss mal einen Tag in der Woche mal was anders machen können. Zum Schluss, ganz einfach, eine schwierige Frage, was kann ich tun, um meine Mitarbeiter positiv zu ändern? Auch dazu kann man sehr viel sagen, das ist gar nicht so einfach. Es gibt drei ungeeignete Maßnahmen. Der ungeeignetste ist der Appell an die Einsicht. Hat noch niemand geändert und als Neurobiologe weiß ich, wovon ich rede, nämlich die Etage, in der wir Einsicht haben, dass der dorsolaterale präfrontale Kortex hat überhaupt keine direkten Verbindungen zu unseren verhaltenssteuernden Zentren. Das ist erschütternd, das ist aber so und jeder arme Vater von einem Sohn, zwei Jahre vom Abitur, der Medizin studieren will und einen Notendurchschnitt von 1,2, 1,3 haben muss, der weiß, wovon ich rede. Gardinenpredigten, Papa hast ja recht, aber jetzt muss ich ganz schnell zur nächsten Vete. Einsicht muss nämlich immer mit Emotionen verbunden sein. Nur dieser Link. Die Emotionen alleine können uns natürlich steuern, die Einsicht alleine kann uns nicht steuern. Am besten ist immer Einsicht und Emotionen. Bestrafung, ganz schlecht, das weiß man seit 100 Jahren oder seit zweieinhalbtausend Jahren, hat immer nur vorrühgehende Wirkung, wird meist als ungerecht empfunden und weckt den Drang nach Rache. Und auf Strafe stumpft man ab, aber ich hoffe, dass kein Arbeitnehmer in Bremen seine Mitarbeiter bestraft will. Strafe an Drohung, das gibt es natürlich. So, lieber Herr Müller, wenn Sie das und das nicht tun oder das und das nicht abstellen, dann fliegen Sie raus. Das wirkt zum Teil, aber man adaptiert und ändert sein Verhalten gerade so, dass der Chef aufhört zu schreien. Und dass die Kündigungsgefahr gerade eben gebannt ist oder dass man sagt, vor dem Arbeitsgericht hat der keine Chance, ich gewinne. Auch da ist man ja Gottes Hand. Wie wir alle wissen, es schüchtert ein, es engt ein und es entfaltet nicht. Also bleibt nur die Belohnung, das würden Sie sagen, weiß doch jeder. Aber Belohnung, richtig belohnen ist eine außerordentlich komplizierte Sache. Steht auch da. Die Art der Belohnung muss nämlich ganz spezifisch auf die Persönlichkeit zugeschnitten sein. Die Menschen differieren ganz stark in Bezug auf ihre Motivstruktur und auf ihre Belohnungserwartungsstruktur. Komme ich gleich ganz zum Schluss nochmal dazu. Belohnung muss zeitnah erwünschen. Es gibt ein berühmtes psychologisches Gesetz, dass die Wirkung zukünftiger Belohnung negativ exponentiell mit der vor uns liegenden Zeit abfällt. Das heißt, lang in der Zukunft liegende Belohnungen wirken überhaupt nicht. Die berühmten Untersuchungen, 10 Dollar jetzt, 100 Dollar später, nehmen die alle die 10 Dollar. Obwohl das ökonomisch eigentlich irrational ist. Das wäre ein großes Kapitel, warum wir scheinbar irrational handeln, obwohl der Homo economicus eigentlich genau weiß, wie man das anders machen müsste. Aber das Allerschlimmste ist das Festhalten an Gewohnheiten, was scheinbar völlig irrational ist. Sie bieten auf goldenem Tablett den Leuten die Chancen an. Überreden Sie, guck mal, nimm doch einen anderen Job an und das kannst du tun, das tun. Ja, überlege ich mal. Ach, lieber nicht. Woher kommt es, dass Menschen nicht zu Veränderungen bereit sind, auch wenn diese Veränderungen deutliche Vorteile bieten. Das muss man erklären. Erst einmal haben wir Deutschen etwas, was da eine Rolle spielt, nämlich Veränderungsangst. Wir haben das ganz besonders stark. Zweitens gibt es das zweite eher psychologische Gesetz. Gefahren und Risiken wirken doppelt so stark wie Belohnungen, wie positive Aussichten. Wir fürchten uns, der normale Deutsche fürchtet sich doppelt so stark vor möglichen Niederlagen, als dass er die Chancen sieht. Das ist eine, nennt man Verlust-Aversion, die doppelt so stark ist wie die Gewinnerwartung. Und das kommt hinzu, dass viele Menschen von uns eher an dem festhalten, was sie gewohnt sind, auch wenn es zunehmend nachteilig wird. In der Energiedebatte sehen wir das ständig und immer. Die Leute sind nicht bereit, obwohl man ihnen klar macht, ihr könntet da gewinnen. Warum tun sie es nicht? Insbesondere aber tun sie es aus zwei Gründen nicht, weil Gewohnheiten mit unseren schönen Großhänden drin, unsere Einsicht und Intelligenz wenig zu tun haben, sondern sich in einen Teil eingegraben haben, der tief im Inneren des Gehirns liegt, wie man Basalgang hier nennt. Da sind alle unsere Gewohnheiten und Automatismen und Macken und all das, was uns ausmacht. Und das schirmt sich auch anatomisch, physiologisch gegen die Einsicht ab. Tun wir das. Und hier gibt es den verhängnisvollen Zusammenhang, dass das Ausüben von Gewohnheiten mit einer Ausschüttung von endogenen Opioiden belohnt wird. Das heißt, die Ausführung von Gewohnheiten belohnen sich selber im Gehirn. Und deshalb sprechen wir von lieben Gewohnheiten. Und je älter wir werden, desto eher hängen wir an unsere Gewohnheiten, weil wir uns wohlfühlen dabei. Und immer mehr sind wir ängstlich, nur keine Experimente, nämlich dann könnte was schief gehen. Und für das Gehirn ist das praktisch, es muss nämlich nicht mehr umlernen. Umlernen ist sehr teuer und ist psychisch aufwendig. Insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ganz zum Schluss, die Wirtschaft kennt nur eine Art von Belohnung oder meistens, ich will mich übertreiben, im Wesentlichen eine materielle Belohnung. Das ist prima so, weil sie universell wirkt und Geld ist ein universeller Belohner. Unglaublich stark, kann man im Gehirn wunderbar sehen, so ein Geldschein, der aktiviert das Gehirn richtig oder bestimmte Teile. Aber materielle Belohnung, mit der man immer anfangen muss, bei den meisten Leuten, hat einen ganz eklatanten Nachteil, den ich schon erwähnt habe, nämlich seine Wirkung lässt bei Wiederholung negativ exponentiell bis negativ-hyperbolisch nach. Also noch viel schneller. Sprich, bei jeder Wiederholung derselben materiellen Belohnung wird die Wirkung um 50 Prozent reduziert. Das geht so runter. Das wissen Sie alle bei Bonuszahlungen, bei Vergütungen. Wenn man das dritte Mal wiederholt, hat das kaum einen Effekt, sondern es wird eingepreist. Und wehe, da kommt diese Verlust-Aversion rein, Sie nehmen die Extra-Zahlung wieder weg, was eigentlich der Sinn der Extra-Zahlung ist. Dann gibt es einen Aufschrei. Also bei Bonuszahlungen ist die Schwierigkeit, es geht ganz schnell in den Keller, ganz schnell ist der Deckeneffekt deshalb erreicht. Und wehe, Sie versuchen, die Bonuszahlung wieder rückgängig zu machen. Was eigentlich der Sinn der Dinge ist, das werden Sie kaum schaffen. Rauf geht es immer schnell, runter ist es schlecht. Dann sagt man, naja klar, also setzen wir die sozialen Belohnungen drauf. Das ist besser, das geht langsamer, aber irgendwann haben sich soziale Belohnungen, also Lob und Privilegien und Orden und was auch immer, erschöpft. Man kann nicht so viel loben und immer den Mitarbeiter des Jahres, immer noch wieder, machen, das erschöpft sich und insbesondere bei sozialen Belohnungen erweckt es den Neid. Warum der und nicht ich? Der schon wieder, der kriegt das Bundesverdienstkreuz, warum ich nicht? Und der hat die so und so fitter Klasse und ich bin nur ganz unten. Schieberei, Vetternwirtschaft, das ist der große Pferdefuß bei sozialen Belohnungen. Und das Prinzip, es kommt jeder mal dran, ist das Allerschlimmste. Muss man nur aussitzen, dann wird man irgendwann, irgendwann kriegt man die Lebenszeitstelle, muss ich nur aussitzen. Also was macht man? Intrinsisch belohnen. Das ist die einzige Belohnung, das merken Sie sich bitte, ich sag es mal so, die nicht in Sättigung geht, die sich sogar steigert. Aber da hinzukommen ist schwierig. Meist über die materielle Belohnung, dann draufgesattelt die soziale Belohnung und dann hofft man, dass die Freude am Gelingen, die Selbstbestätigung, Gefühl der Verwirklichung eigener Wünsche, nachweist besser zu sein als andere, ist ja nicht unanständig. Und die Überzeugung an einer sichtigen Sache mitzuarbeiten. Das führt zu einem Zustand der Selbstbelohnung, der nicht in Sättigung geht. Und die größte Kunst der Personalführung ist, da hinzukommen. Das ist sehr schwer, aber das muss man schaffen. Bedeutung des Vorbildes kann ich mir fast schenken. Kaum etwas ist so wichtig in der Industrie und überall, auch im Uni und überall, wie das Vorbild, was intuitiv, nicht kommunikativ in aller Regel erfahren wird. Es nützt nichts zu sagen, ich will euch ein Vorbild sein. Guckt mich an und macht das so, dann fangen alle an zu lachen. Ich muss es tun und ich muss eine Ausstrahlung haben, darüber könnte ich lange reden. Diese Ausstrahlung wird von uns intuitiv, nicht kommunikativ wahrgenommen. Und sie setzen die Hemmschwelle gegen Veränderungsstaat herab. Was er kann oder sie kann, kann ich schon lange. Das ist eine ganz wichtige Sache. Was muss man machen? Man muss die Hemmschwelle gegen Veränderung heruntersetzen. Wenn man verändern will, muss man einkalkulieren, Verlust-Aversion, Veränderungs-Aversion. Man muss in kleinsten Schritten ermutigen. Man muss den Menschen wirklich kennengelernt haben. Man muss Zwischenziele, Zwischenerfolge geben und Korrekturmöglichkeiten. Man muss ermutigen, nämlich viele Mitarbeiter haben einen mangelnden Selbstbewusstsein. Und das muss man immer und immer wieder machen, sodass man gewohnheitsbildend wirkt. Und bei Gewohnheiten haben wir gelernt, sie stecken dann tief in unserem Gehirn und sie belohnen sich letztlich selbst. Das heißt, Kreativität und Veränderbarkeit und Flexibilität und Platzität kann man andressieren oder erlernen. Ich will es jetzt weniger schlimm sagen. Dazu müssen wir kommen, dass es zur Veränderungskultur kommt, in Maßen und human natürlich. Und nicht eine extreme Veränderungs-Aversion, wie wir sie haben. Und vielleicht übertrieben in den USA oder in anderen Teilen mit all den Nachteilen. Also, die Richtung geht es. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, was jetzt, was leider in der zehnten Auflage verkauft ist. Aber im Frühjahr oder jetzt schon, glaube ich, gibt es eine neue Überarbeiterausgabe. Und meine letzte Folie ist die hier. Vielen Dank. Vielen Dank.